Hi miteinander, heute schauen wir uns mal die Mushroom Card an und auch die Template Card, die da mit dabei ist, und was man damit eigentlich alles ein wenig anstellen kann. Ihr seht, ich habe ein komplett blankes Home Assistant, nur einfach mal so zur Info. Ich habe mir jetzt einfach eine blanke Installation noch mitgemacht, damit ich euch auch immer vor Grund auf alles zeigen kann. Also die Mushroom Cards finden wir unter Hex Frontends. Da können wir einfach reingehen auf Durchsuchen und suchen einfach mal nach Mushroom. Da gibt es jetzt Mushroom, Mushroom Themes und Mushroom Better Sliders. Wir nutzen im Endeffekt heute mal die Mushroom Cards. Klicken wir an, drücken jetzt auf hier runterladen und sagen, zack, installieren. Jetzt müssen wir ein Cache neu laden. Das haben wir gemacht. So, Überblick, zack, die Card hinzufügen. So, und jetzt findet ihr hier Mushroom Cards. Da gibt es das Mushroom Control Panel, Alarm Panel. Da ich keinen Control-Alarm habe, kann ich euch das jetzt mal nicht zeigen. Chips Cards. Das sind diese kleinen Karten, die ich zum Beispiel im Smart Home oben mit drin habe. Und da könnt ihr jetzt hier Chips hinzufügen. Zum Beispiel eine Wetterentität, Licht. Da könnte man jetzt ein bestimmtes Licht hinzufügen oder eine Lichtgruppe. Und was man aber auch noch machen kann, ist eine Vorlage. Vorlage ist eine Template Card und die kann man befüllen. Wie man das mit dem möchte. Auf das Befüllen würde ich dann später direkt bei der Template Card eingehen, was ihr mit der Icon Farbe, Im Inhalt und so weiter auch veranstalten könnt. Also wenn ihr hier oben so kleine Chips haben wollt, dann könnt ihr das mit den Mushroom Chips machen. Dann gibt es noch die Mushroom Climate Card. Climate Card ist im Endeffekt Heizkörpersteuerung oder was auch ihr nutzt. Das kann auch für eine Klimaanlage zum Beispiel sein. Da könnte ich jetzt sagen, Heizung Keller. Hier habe ich die Möglichkeit, die Temperatursteuerung an- und auszuschalten. Oder zusätzlich noch zu sagen, der darf nur da sein, wenn er an ist. Als Tipp-Aktion könnte ich jetzt auch noch umschalten, wie ich das eben möchte. Wie man es eben so kennt. Ist aber auch eine sehr schicke Karte. Dann haben wir als nächstes die Cover Card. Die habe ich persönlich so noch nicht genutzt, weil ich auch, wie ihr seht, keinen Cover habe. Deswegen lassen wir die tatsächlich mal aus. Die Entity Card, das ist eine der mächtigsten Karten, weil hier verwalte ich zum Beispiel sämtliche Switches. Also alles, was schaltbar eben ist, wo ich jetzt sage, das möchte ich schalten. Hier muss man bloß aufpassen. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte, was schaltet man jetzt noch mal schnell, den Switch Punkt, was haben wir denn für den Switch hier, den wir mal schalten können. Schlecht. Also Lichter zum Beispiel braucht man hier nicht nehmen. Das geht wirklich bloß um Alter. Was könnte ich für euch jetzt mal anschauen? Den Heizer. Switch Heizer, genau. Jetzt muss man aber ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, auf die Karte geht immer dieses Pop-Up auf. Ich könnte aber auch mit der Tipp-Aktion sagen, dass ich umschalte und dann immer wenn ich hier drauf drücke, geht es an und aus. Symbol, Symbol, Farbe kann man natürlich noch wählen. Das bleibt dann euch überlassen. So, das ist so klassisch. Mushroom Fan-Kart. Wenn ihr einen Fan habt, ich habe jetzt hier keinen Fan, ist im Endeffekt aber nichts anderes wie eine Karte ähnlich wie die, wie diese hier. Die Number-Kart. Humidifier habe ich auch nicht. Die Number-Kart, mit der könnte ich ja, Nummern an und für sich verändern. In dem Fall könnte ich die Heizung nehmen. Ich könnte ganz einfach, wenn ihr irgendwo Nummern habt, wo ihr verändern wollt, wäre das euer Weg. Die Light-Karte ist noch eine sehr mächtige Karte. Was nehmen wir da? Dann nehme ich jetzt mal die Iris im Esszimmer, weil die hat auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann grundsätzlich eine Farbsteuerung anschalten, kann eine Helligkeitssteuerung reinnehmen, eine Farbtemperatursteuerung, die Farbsteuerung und wenn ich jetzt hier draufklicke, geht die an. Ich kann hier drauf gehen und sagen, ich will es jetzt grün haben oder wie auch immer und hier könnte ich dann jetzt noch die Helligkeit regulieren. Finde ich eine sehr schöne Karte. Was viele auch noch machen, ist zum Beispiel hier das horizontale Layout. Damit man es eben nicht so hat, geht aber auch das Standard-Layout. Das bleibt euch überlassen. Auch was ihr euch hier anzeigt, ist komplett euch überlassen. Dann haben wir noch die Lock-Card. Klar, ganz einfach für für ein Lock, wo ich jetzt zum Beispiel Haustür was er immer eben locken möchte. Richtig interessant wird es dann Media-Card wäre jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Amazon-Sprachassistentin steuern möchte. Die Person-Card wäre einfach für eine Person. Um das anzuzeigen, könnte man rein theoretisch mit der Entity-Card auch machen. Und die Select-Card ist eine sehr schöne Karte. Da habe ich so ein Drop-Down-Menü. Das ist zum Beispiel schön, wenn ich mehrere Auswahlen habe. Hier könnte ich dann zwischen Silent, Standard, Sport, Luder Cruise hin- und herschalten. Das nutze ich zum Beispiel bei meinem Bambolip. So, und dann dürften wir jetzt schon langsam am Ende sein. und zur Template-Card kommen. Beziehungsweise, die machen wir ganz am Schluss. Die Mushroom-Update-Card könnt ihr benutzen, wenn ihr einen Sensor habt, der euch anzeigt, ob ein Update verfügbar ist. Die Vacuum-Card für Staubsauger und die Title-Card, um Titel zum Beispiel zu machen. Genau. Und jetzt, die mächtigste aller Karten ist eigentlich tatsächlich die Template-Card. Weil, was kann ich mit der Template-Card machen? Ist jetzt ähnlich wie mit dem Template-Chips, wo ich euch vorhin gezeigt habe. Ihr könnt hier komplett frei konfigurieren, was hier oben drin sein soll. Und ihr könnt auch die ganzen Aktionen, was passieren soll, wenn man drauf drückt. Also, ich könnte jetzt sagen, dass ich die Icon-Farbe auf Basis von bestimmten Werten einfärben lasse, zum Beispiel. Oder ich sage einfach, ich will das Icon immer Yellow haben, dann ist es immer gelb. So, ich habe hier im Gritebook unter Smart Home Dashboard Design Template Card Codes hinterlegt. Da kann man sich ein bisschen was abschauen. Und zwar, wäre es jetzt hier möglich, die Icon-Farbe, also das Icon-Farbig machen, auf Basis On-Off vom Sensor. Bedeutet, ich sage jetzt, ich nehme mir den Code hier, die Icon-Farbe, kann ich mal einfach rauskopieren, füge den hier ein. So, was sagt dieser Code jetzt? Einfach erklärt, wenn Lichter Wohnzimmer an sind, dann Orange. Ansonsten ist es aus. So, wenn ich jetzt sage, hier Light Biende habe ich nicht da, welches Licht kann ich anschauen, die Iris Esszimmer, wenn die an ist, dann Orange. Hier könnte ich aber auch eine Gruppe zum Beispiel machen. So, jetzt wird mir hier das Icon-Farbe eingefärbt, jetzt könnte ich mir hier als Primär- Information Wohnzimmer hinschreiben, da muss ich jetzt nichts schreiben. Das bedeutet, im Wohnzimmer ist ein Licht an, auf Basis von diesem Wert. Also wie gesagt, hier wäre auch eine Gruppe möglich. Ich zum Beispiel, ich habe alle meine Zimmer lichtertechnisch gruppiert, also alle Lichter vom Wohnzimmer gruppiert, ich zeige euch mal schnell, wie das geht, Einstellungen, Gerätedienste, Helfer, Helfer erstellen, dann macht er Gruppe, in dem Fall wäre es Lichtgruppe, dann machen wir Wohnzimmer, Mitglieder werden hier das Esszimmer, hier das Wohnzimmer, Zigbee-technisch, Stehlampe noch, Stehlampe, warum ist die nicht da? Ach ja, gut, also die zwei Zigbee-Lampen habe ich, so. Und jetzt habe ich hier eine Gruppe, wenn ich jetzt, das ist neu, hier auf DSG, habe ich hier die Entity, finde ich mal jetzt kopieren, also diese Gruppe, könnt ihr jetzt sagen, auf Basis hier rein, Light Wohnzimmer, wenn on ist, dann wird das orange. So, das speichern wir jetzt mal, jetzt füge ich euch mal schnell die Light Cards hinzu, oder wir machen es einfacher, Element Card, das ist jetzt bloß um es euch zu veranschaulichen, hier ist Esszimmer, hier ist Wohnzimmer, so, ihr seht jetzt, hier ist Esszimmer an, schalte ich die aus, geht das hier aus. Immer wenn ich dann eine anschalte, geht das hier oben eben an, weil es auf Basis von der Gruppe ist. das heißt, ich habe jetzt schon mal zum Beispiel eine Raumkarte erstellt, die heißt Wohnzimmer, steht ja auch drin, und hier vorne das Licht geht an, wenn im Wohnzimmer irgendein Licht brennt. So, dieses How Are You möchte ich weg haben, was könnte wir da noch drin stehen haben wollen, zum Beispiel die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Habe ich auch hier mit drin, und zwar Raumstatus Anzeigen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dann könnt ihr euch diesen Code einfach mal rauskopieren, ich kopiere euch den jetzt mal hier rein. So, was sagt der jetzt? States Sensor Status 1 in Grad. Also hier hätten wir jetzt zum Beispiel Wohnzimmertemperatur in Grad, das Wohnzimmer habe ich jetzt hier in der Testumgebung nicht mit hinzugefügt, ich nehme jetzt einfach mal Temperaturbüro und dann hier hinten habe ich die Luftfeuchtigkeit die heißen bei mir alle Temperatur unterstechen und dann der Name vom Sensor und dann haben wir hier Sensor Temperatur Humidity So, jetzt habe ich hier in einer Karte drinstehen Raum Wohnzimmer ich habe angegeben wie viel Grad drin sind ich habe angegeben dass wir 48% Luftfeuchtigkeit haben jetzt könnten wir hier noch die Batchcard also das Batchcard Batch Icon im Endeffekt definieren 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 da könnte ich jetzt sagen MDI also das ist immer ein MDI Doppelpunkt TV so und Television heißt es glaube ich Television Device so jetzt habe ich hier oben ein kleines einen kleinen Fernseher und die Batchfarbe ende ich aufgrund also wie hier oben die Alcon Farbe ende ich auf Basis vom Switch TV Switch Punkt TV so jetzt sieht man hier das leuchtet orange könnte ich jetzt auch sagen ich möchte das in red haben und dann wenn das Switch vom Fernseher auf an ist dann leuchtet das hier rot könnte ich aber mehrere Geräte nutzen und damit könnte ich mal Lichter und Geräte von einem Raum komplett abgreifen so jetzt muss ich aber noch definieren was passiert wenn ich hier drauf drücke na wenn ich jetzt hier drauf drücke sagt er mir hier unten links keine Entität zum Umschalten angegeben das würde man hier oben machen ich persönlich definiere das immer selber und zwar könnte man da jetzt verschiedenste Sachen machen man könnte jetzt sagen einen Dienst ausführen und da kann ich angeben dass es Licht umschaltet oder 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 ich nehme es gern als als Dashboard und sage wenn ich da drauf drücke will ich in den Raum Wohnzimmer da brauchen wir aber erst mal einen Raum Wohnzimmer so jetzt erstelle ich hier einfach eine neue Karte und die heißt nenne ich wohnen und die URL ist dann auch wohnen speichern so und dann könnte ich jetzt hier bearbeiten nochmal gehen und was passiert bei der Tippaktion dann soll er mich navigieren wohin soll er mich navigieren ähm nach wohnen so bedeutet ich drücke hier drauf plopp und bin direkt im Wohnenbereich so könnt ihr euch ganz einfach mehrere Raumkarten zum Beispiel erstellen dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit zu sagen also das ist hier alles nochmal beschrieben da könnt ihr euch einfach im Pridebook einfach nochmal wirklich durchlesen ähm und gerne wenn wir es in die Kommentare schreiben Kommentare ist Support oftmals ein wenig schwierig bitte schreibt es dann einfach in unserem Discord der ist unter dem Video auch verlinkt ähm ein Support Ticket schreibt es mir nicht privat weil die privaten Nachrichten ich muss ganz ehrlich sagen ich überlese sie mittlerweile weil es es nimmt überhand ich komme nicht mehr hinterher und in Support Tickets da können auch alle anderen die wirklich Ahnung vom Smartphone haben ähm mit reinschauen deswegen gerne im Discord in Support Channel reinschreiben genau jetzt schauen wir aber weiter hier haben wir jetzt aber auch mehrfarbige Icons auf Basis von Sensorwerten es kann zum Beispiel interessant sein wenn ihr euch jetzt ähm ja eine eine Chipcard für die Luftfeuchtigkeit anlegt und ihr sagt die wollen wir einfärben Luftfeuchtigkeit also unter äh unter 40% ist rot zwischen 40% und 50% ist grün wir machen das jetzt einfach mal wir nehmen uns mal hier im Wohnen machen wir uns jetzt hier eine Chipcard Template ach ne Chipcard Chipcard die mal raus nehmen wir eine Vorlage bearbeiten Symbol das nehmen wir für Symbol MDI Water so Iconfarbe packe ich mir das jetzt hier rein und dann gebe ich jetzt hier also die Status auf welchem Wert wir nehmen jetzt mal die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer das wäre bei mir der Temperatur Bad Humidity so also kleiner bitte nicht Prozent denken das sind nicht Prozent das ist einfach nur die Zahl die Prozent ist einfach nur für die Formel an für sich notwendig so wenn ich jetzt sage kleiner wie 40 ist red dann kleiner als 51 ist green und kleiner als 61 ist dann orange und dann könnte ich aber hier nochmal meinen einfügen und sagen größer als 61 ist dann rot so dann sehen wir jetzt ah grün Luftfeuchtigkeit passt wenn ich drauf drücke passiert nichts wenn ich jetzt hier genauer werde dann gebe ich jetzt hier einfach meinen Sensor ein Temperatur Temperature Nacht Bad Humidity wenn ich jetzt nämlich drauf drücke Fehler beim Aufreden Sensor Turn Off dann muss ich als Tipp Aktion noch auf mehr Info gehen und dann geht er auf da habe ich jetzt 46 46 ist kleiner als 51 passt also ist es green soweit vollkommen in Ordnung ich hoffe das konnte das konnte jetzt ein bisschen nachvollziehen was ich da jetzt gemacht habe aber so könnte man sich relativ einfach einen mehrfarbigen Sensor erstellen genau so dann gibt es ja auch noch oft dass man sagt man hat es wird einem was angezeigt was man nicht sehen möchte oder man möchte es anders sehen dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das zeige ich euch am besten mal an einer Fenstergruppe da war das nämlich bei mir immer ich mache jetzt mal schnell eine Fenstergruppe Gruppe Fenster ist Binärsensor Fenster Wohnzimmer Fenster Esszimmer Fenster Esszimmer Tür Fenster ist ja völlig egal wird eh wieder zurückgesetzt so haben wir hier eine Fenstergruppe dann habe ich mir Identität Entity so die haben wir so und wenn ich jetzt sage ich habe hier die Entity wo ist denn die Entity Card Splint Cover Card Person Card Entity Card und ich möchte Fenster Wohnzimmer dann steht hier aus Fenster Wohnzimmer aus bedeutet dass alle Fenster geschlossen sind ich möchte jetzt aber dass da nicht aussteht sondern geschlossen Template Card dann schnappe ich mir die und ich packe das jetzt bloß mal hier hier unten hin als Zwischenspeicher kopieren wir das hier rein und sage die Primärinfo Sekundärinfo Primärinfo schreibe ich jetzt rein Fenster Wohnzimmer zum Beispiel und dann steht hier immer noch aus und jetzt nehme ich mir hier unten meine Binary-Sensor-Gruppe so und jetzt passiert folgendes wenn also bedeutet wenn Binary-Sensor auf an ist also auf on dann heißt es an da möchte ich jetzt aber offen so das sehen wir jetzt noch nichts wenn ich jetzt aber sage ansonsten also else ist geschlossen dann steht es so drin also ihr könnt damit on off zum Beispiel überschreiben das wäre möglich so könnte man dann eben bei Fenstern auch dort stehen haben geschlossen genau ansonsten Sensor-Werte in Template-Card das hatten wir ja schon das habe ich euch schon gezeigt habt ihr hier am Critebook wirklich noch mal etliches an Möglichkeiten und ich zeige euch jetzt dann noch mal mein Live-System öffnen muss hier am Smart Home wie hier zum Beispiel also ihr seht es hier das sind alles Template-Cards wo ich gemacht habe auch in den einzelnen in der einzelnen Räumen da habe ich hier oben Template-Cards wo ich das einfach mit dahinter geschrieben habe die sind jetzt nicht eingefärbt ich habe es mal einfach in Zahlen gemacht aber das sind alles Template-Cards bedeutet wenn ich jetzt hier im Büro ein Licht an mache dann leuchtet jetzt hier im Büro das Licht wenn ich den Drucker dann noch mit anschalte dann leuchtet die Batch-Card auch noch mit ja ich hoffe ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen und kommt auch ein bisschen ins Basteln mit rein wenn euch das Video gefallen hat dann lasst bitte einen Daumen nach oben da lasst ein Abo da damit wir einfach noch mehr Möglichkeit haben mehr Leute zu erreichen schaut es gerne am Discord mit vorbei bei Fragen gerne Support-Ticket aufmachen oder eben ins Voice kommen wenn jemand da ist und da einfach mal nachfragen also sind alles liebe nette Leute von den unterschiedlichsten Themengebieten was mehr bequatschen einfach wie gesagt reinschauen na und dann würde ich sagen euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche Ciao, ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020